Hallo und guten Abend am Freitag um 21 Uhr, wie immer zu meiner Meditationszeit. Ich warte noch ein paar Minütchen, bis diejenigen, die immer gerne live mit dabei sind, da sind. Alle anderen können sich ja wie immer das Video auch gerne im Nachgang noch mal anschauen und die Meditationen ja auch jederzeit machen, die sind ja immer hier in der Gruppe verfügbar. Ich hoffe, ihr hattet heute alle einen wunderschönen Tag und habt jetzt Lust, den Abend noch mal entspannt ausklingen zu lassen und so das Wochenende einzuläuten und sich noch mal so zehn Minuten ganz bewusst Zeit für sich zu nehmen für eine kleine Meditation. Du kannst schon mal schauen, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Also stieß gerne die Tür, sag den Leuten, mit denen du zusammenlebst, Bescheid und dann such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Schau, dass dir warm genug ist, dass du es bequem hast. Ob du sitzt oder liegst, ist völlig dir überlassen, so wie sich das für dich gut anfühlt. Also mach dir es bequem. Fühl dich wohl. Komm an, jetzt in diesem Moment zu deiner Meditation. Und zu Beginn, setz oder lege dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun einmal tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem, beim Ein- und Ausatmen. Lass die Außenwelt mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Achte auf deinen Atem. Beobachte, wie leicht und sanft jede Zelle deines Körpers mit Sauerstoff versorgt wird. Mit jedem Ausatmen werden deine Alltagssorgen einfach weggeatmet. Und sehe einfach, was dich beschäftigt und lass es dann weiterziehen. Lass die Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Niemand will, erwartet oder fordert jetzt gerade etwas von dir. Nichts außer dir ist jetzt wichtig. Lass los, entspann dich. Lass dich tiefer in diesen wunderbaren Zustand gleiten. Dein Inneres ist nun ganz weit und entspannt. Und du merkst, wie leicht es ist, innere Ruhe und Klarheit zu empfinden, um dabei völlig entspannt zu sein. Einfach einatmen, ausatmen und meiner Stimme lauschen. Wenn sich in deinem Leben etwas verändert, dann fängst du alles mit dem, was du willst, zu vergleichen. Passt es, ist es gut. Passt es nicht, ist es schlecht. Es liegt meist nicht an den Dingen an sich, sondern an deinen Bewertungen. Wenn du etwas als schlecht bewertest, fängst du an dich schlecht zu fühlen. Wenn du etwas als gut bewertest, dann fängst du an dich gut zu fühlen. Was würde passieren, wenn du nichts mehr bewertest? Wenn du anfängst, einfach zuzuschauen. Deinem Leben anfängst zuzuschauen. Du hörst auf zu wünschen. Und stattdessen bevorzugst du etwas und lässt es zu, dass es in dein Leben kommen darf. Nicht mehr. Und du fängst an, Liebe zu dir selbst in deinem Leben zuzulassen. Jetzt. Spricht dich nun innerlich vollem Gesetz mit mir. Ich liebe mich. Ich nehme mich an in diesem Moment. Ich sage Ja zu dir. Ich liebe mich an mit all meinen positiven und negativen Gefühlen. Ich liebe mich. Ich nehme mich an in diesem Moment. Ich sage Ja zu mir. Ich nehme mich an mit all meinen positiven und negativen Gefühlen. Ich liebe mich an in diesem Moment. Ich sage Ja zu mir. Ich denke aus einem Zustand der Zufriedenheit heraus. Du bist Beobachter und Macher deines Lebens. Du bist schöpferisch. Durch dein neues Sein ändert sich deine Zukunft. Die Menschen, die im Namen nie denken, ziehen gute Dinge in ihr Leben. Ab jetzt gehst du voller Selbstliebe durch die Welt. Und dabei verschwinden alle Ängste, Sorgen, Zweifel und Nöte. Du bist frei. Schau immer nur, was es ist jetzt. Du bist Liebe. Du bist vollständig, wie du bist. Du bist gut. Alles ist gut. Und stell dich darauf ein bisschen jetzt zurück zu fern. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt und unterliegst. In dem Raum dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal ganz tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch den Gefühl der Entspannung nach. Und mach diese Meditation ruhig öfters. Denn du musst es sein, um zu programmieren, um an deine Kraft zu kommen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Abend. Ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche auf Freitag hier wieder zu deiner nächsten Meditation. Das ist dann, sieh.